Natürlich war das unser Wunsch, dass Arjen wieder zurückkehrt. Er ist natürlich sehr viel unterwegs in der ganzen Welt und auch das Orchester natürlich sehr stolz ist, denn Arjen hat ja mit dem Orchester auch angefangen, seine Karriere zu gestalten und das war wirklich unser Wunsch aus dem tiefsten Herzen und dann sind wir selbstverständlich darüber glücklich, dass das auch technisch geklappt hat und funktioniert hat und wie wir wissen, vergeht die Zeit ja so schnell und 21 schon bald vor der Tür. Was versprechen Sie beim Orchester, programmatisch oder sonst von Arjen Zuckermann insbesondere? Ja, Arjen ist natürlich sehr berühmt dafür, raffinierte Programme zu wählen und auch sehr gut vernetzt und verknüpft mit namhaften Musikern und wir tragen uns selbstverständlich auch für die Stadt Neustadt und für das Orchester wunderbare Leute zu gewinnen und auch Champagnerkonzerte zu geben und zu spielen.